Harry sagt guten Tag, heute am 24. April 2020. Es ist 12 Uhr, wir haben 25 Grad, leichten Wind, Wolken, Sonne, Mix, also traumhaftes Wetter. Ja, und es ist der 41. Tag der Ausgangssperre. Gerade eben gelesen, die wollen also hier für die Kanarischen Inseln in einem Vier-Schritte-Plan diese Ausgangsbeschränkungen oder Ausgangssperre jetzt auch etwas lockern. Für Kinder, für Menschen, die spazieren gehen möchten, Sport treiben. Da wird sich einiges ändern, das sind mehrere Seiten, das würde hier den Rahmen sprengen. Können Sie mit Sicherheit nachlesen auf jedem Grand-Canaria-Sender oder morgen vielleicht von Martin. Vom Radio Primavera die Einzelheiten hören. Beschlussfähig sollte es am Sonntag sein. Ansonsten hier alles okay, alles wunderbar. Supermärkte gefüllt, die Menschen sind ruhig. Es ist kaum irgendwas zu sehen, zu hören. Und ja, jeder macht so sein Ding. Harry macht viel Sport. Hier Trepp hoch, Trepp runter. Jeder hat sich so seine Möglichkeiten in dieser Krise gesucht. Wichtig ist, dass wir gesund bleiben und nicht zu viel zunehmen. So, und mit diesen Bildern verabschiede ich mich dann morgen wieder mit unserem Radiospezialisten Martin Schubert. Und ich sage Tschüss, hasta mañana.